Ich darf Ihnen vorstellen, die nächste Fahrung. Zunächst Ringrichter, amtiert der Sportgammerat Rami El Masri und in der Roten Ecke begrüßen wir für den Nordhäuser SV Kseg Kaskari. Und in der Blauen Ecke für den VWC Peter Koppel. Runde 1 Runde 1 Runde 1 Runde 1 Runde 1 Runde 1 Geht auf! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich darf Ihnen folgen in der Halbmenge, Sekh Paschali, geboren 2.05.1990. Er hat 83 Kämpfe bestritten, 58 Mal als Sieger den Ring verlassen. Er ist Süddeutscher Meister und Deutscher Vizemeister 2011. Zeck Paschali. Ring frei, Runde 2. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Jungs, Jungs, Jungs! Applaus 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 Zwei, Runde drei. 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 Zwei, Runde drei.